EmissionPartner steht für saubere Bioenergie. Biogasmotoren gleichen die schwankenden Energievorkommen aus Wind und Solar aus. Denn Biogasanlagen werden über virtuelle Netzwerke miteinander verbunden und bei Bedarf zu- und wieder abgeschaltet. EmissionPartner entwickelt, produziert, vertreibt und montiert Katalysatoren für diese Biogasmotoren. Denn auch Biogas verbrennt erst durch Einsatz von unseren Katalysatoren nahezu emissionsfrei. EmissionPartner-Katalysatoren sind heute, fünf Jahre nach Gründung des Unternehmens, in über 2000 Motoren eingesetzt und reduzieren jedes Jahr 1600 Tonnen krebserregendes Formaldehyd und über 20.000 Tonnen giftiges Kohlenmonoxid. EmissionPartner Green Energy Clean Air. Wir machen Strom aus Biogas sauber.